Wir schreiben den 18. März 2018. Es ist ein großer Tag. Eine kleine Schlosserei inmitten der Fieber von der Freundalwirtschaft erhält den wichtigsten, größten und imposantesten Auftrag aller Zeiten. Auftraggeber, die Stadt selbst. Für die freikörperkulturprägende Fieberbronner Werkstatt ist es nun Zeit aufzubrechen. Zeit um Geschichte zu schreiben und sich unvergesslich zu machen. Frei nach dem Motto. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Und sie schafften es. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wir bedanken uns, dass Sie uns nominiert haben und jetzt nominieren wir die drei Firmen. Ich nominiere Ihnen seine Nachbarn. Ach, das ist eine schon drüber gewesen. Wirkartner Führerbrunn, jetzt seid Sie es drüber. Als zweiter nominieren wir Alias Peter-Anton-Oggeri-Schmidt-Sachtjahr an. Und als dritter nominieren wir die Firma Dersch aus Poffenschwind. Und eins sage ich, wenn Sie sich innerhalb von acht Tagen nie gemacht, dann soll Sie sich ein Haufen Bier und um ein Scheide jaußen. Natürlich sollte man so eine Sache für soziale Zwecke im Vordergrund stehen. Darum haben wir uns entschieden, dass wir 500 Euro für das Rode Kreuz für den Rund spenden. Ja! 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 Vielen Dank.